Jetzt gibt es das Videospiel mit doppelten Spaß, der Xonox Double Ender. Zwei Spiele auf einer Kassette, zwei Superspiele zum Preis von einem. Auf Seite 1 Ghost Manor, das total verhexte Schloss. Und auf Seite 2 Spike's Peak. Achtung, die Adler greifen an. Das ist wirklich neu. Zwei tolle Spiele auf einer Kassette, doppelte Action zum einfachen Preis. Neu, die Xonox Double Ender. Gleich dreimal, zwei Spiele auf einer Kassette. Der neue Dreh im Videoplay von KTEL.